Jolan True und willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und willkommen zu einem weiteren Video aus unserer kleinen A-Z-Offizierserie. Bevor ich aber über den nächsten seltenen Offizier spreche, noch einmal der kleine Hinweis, wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist und meine Videos magst, abonnier den Kanal doch bitte und wenn du das tust, klick auch die kleine Glocke und alle Benachrichtigungen, damit du erfährst, wenn ein neues Video rauskommt. Jetzt schauen wir uns mal Kuron an. Der ist ein sehr interessanter Offizier. Er ist aus der Klasse Kommando. Das bedeutet, du brauchst Kommandoabzeichen, um ihn abzugraden und er gehört zur Gruppe Blut und Ehre. Das bedeutet, wenn er Captain ist, kann er Synergien bekommen von anderen aus der Gruppe, wenn die mit auf der Brücke sind oder er kann eben einem Captain aus der Gruppe Synergie geben, wenn er mit auf der Brücke ist. Und er gehört zur Fraktion Klingonisches Reich. Das bedeutet, du brauchst klingonische Fraktionscredits, um ihn abzugraden. Über den Charakter gibt es hier jetzt nicht ganz so viel zu lesen. Da ist ja immer eine Info in der Infobox über jeden Offizier. Aber hier ist das schon eine sehr kurze und sein Operngesang ist so ziemlich das Hauptthema. Hier klingonische Opern kennen wir ja zu Genüge von Worf. Ich erinnere ja nur an die Folge, wo Worf auch auf der Suche nach einem fetten Ferengi war und sich da klingonische Opern gewünscht hat in der Bar. Wie gesagt, hat Kuron eine Kapitänsfähigkeit oder ein Kapitänsmanöver, das heißt keine Verhandlungen. Kuron hat eine 50% Chance auf automatisches Wiederaufladen aller kinetischen Waffen in der ersten Runde. Das ist natürlich eine Fähigkeit, die für zwei Fälle gut ist. Erstens brauchst du ein Schiff mit kinetischen Waffen und zweitens lohnt sich das natürlich besonders für Kämpfe, die relativ kurz sind, weil er dann nochmal wieder die Waffen aufladen kann, um in der zweiten Runde dann möglicherweise den Gegner zu zerstören, wenn das solche Kämpfe sind, die so kurz sind. Da könnte sich diese Fähigkeit schon gut eignen, aber natürlich auch für längere Kämpfe, wenn in der ersten Runde nochmal sofort wieder aufgeladen wird, hast du natürlich schon mehr Schaden angerichtet. Aber es ist halt nur für eine Runde danach hat er keine Kapitänsfähigkeit mehr, wenn er der Käpt'n des Schiffes ist. Und seine Offiziersfähigkeit ist gnadenlose Verfolgung. Nachdem Kuron ein Schiff zerstört hat, erhöht er die Impulsgeschwindigkeit um 35% bis zum nächsten Kampf seines Schiffes oder seiner Rückkehr zur Station. Hier steht jetzt nicht dran, dass das kumulativ ist. Das wäre nämlich relativ schön. Kann es nicht sein, weil das ist ja wieder weg, wenn du das nächste Schiff angreifst. Aber es könnte natürlich noch eine zusätzliche Kombination sein, wenn du bei der Wellenverteidigung Riker als Käpt'n einsetzt und dann auch noch Kuron mit auf die Brücke setzt, wenn du dir das vom Schaden her leisten kannst, den du bei den Wellenfeinden anrichtest. Dann würdest du noch schneller werden mit deinem Schiff und könntest natürlich auch die großen Wellen leichter schaffen. Weil die 10er Wellen, wenn du die alleine machst, die sind halt schon eine extreme Herausforderung. Das kenne ich zu Genüge, zum Beispiel gegen die Klingonen in der 5. Welle. Das ist schon ganz schön sportlich, wenn man die alle 10 erwischen will, weil die Interzeptoren, also die Abfangjäger, ja auch noch relativ schnell sind. Da kann man dann, wenn man sich das vom Schaden her leisten kann, Kuron tatsächlich auch noch mit auf die Brücke setzen und das Schiff noch ein wenig beschleunigen. Als seltener Offizier hat er natürlich auch zwei mögliche Fähigkeiten für Außenteams. Das ist einmal Krieger und einmal charismatisch. Du siehst, ich habe ihn ein bisschen upgradet, werde ihn auch noch ein bisschen upgraden, weil ich Kuron schon des Öfteren mal auf Außenteam-Aufgaben schicke. Im Moment bei den Wellenverteidigungen habe ich jetzt noch nicht das Bedürfnis gehabt, mein Schiff noch schneller zu bekommen als mit Riker, aber kann mal passieren, dann kann ich ihn auch jederzeit zurückholen. Also ein paar Speed-Ups für Außenteams habe ich auch noch. Aber im Normalfall schicke ich ihn dann schon mal, wenn ich einen Krieger brauche zwischendurch, dann mit auf diese Außenteam-Aufgaben. Natürlich möchtest du auch wissen, wo du ihn herbekommst. Kuron ist nicht ganz so leicht zu bekommen wie manche andere Offiziere. Er ist zwar hier im normalen Rekrutieren mit drin, aber das Niedrigste ist eben die Ultra-Rekrutierung. Und hier sind tonnenweise Offiziere drin. Da muss man also schon sehr viel Glück haben, wenn man auf der Jagd nach einem bestimmten Offizier ist. Bei mir hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich Kuron bekommen habe. Erst hinterher ging es aber, weil einfach so viele Offiziere hier drin sind. Und da muss man schon das Glück haben, dass man von einem bestimmten Offizier, der dann nur hier drin ist, dann auch genug Teile eben bekommt. Es gibt noch einen Teil, wo weniger Offiziere drin sind, aber das ist der Teil, den ich immer nur zur Vollständigkeit hier mit reinnehme, weil ich den selber nicht benutze. Zumindest nur benutze, wenn ich über Missionen diese Elite-Token bekomme. Nämlich der klingonische Elite-Rekrutenteil hier. Die kann man im Fraktionsshop kaufen bei den Klingonen, aber das tue ich halt nicht, weil ich meine klingonischen Credits hauptsächlich für Schiffsbaupläne brauche. Und hier ist Kuron aber mit drin. Das ist die zweite Möglichkeit, Kuron zu bekommen. Und dann gibt es, je nach deinem Level, ein oder zwei Rekrutierungen, immer wenn Schmelztiegel des Krieges ist. Und auch da ist Kuron mit drin. Ich glaube, darüber habe ich mehr Teile von Kuron bekommen, als über das Ultra-Rekrutieren. Wenn ich mich noch richtig erinnere, ist jetzt schon wieder ein paar Tage her und ich werde auch nicht jünger. Ich meine, ich habe dieses Jahr noch einen runden Geburtstag. Da könnt ihr ja schon mal das Raten anfangen. Aber da wird das mit dem Gedächtnis auch nicht besser. Du weißt ja, ab 20 geht es bergab. Nichtsdestotrotz, Kuron ist normal zu bekommen. Wir haben ja einige Offiziere, wo das noch um einige schwieriger ist. Er ist leider nur ein seltener. Deswegen ist er auch bei den Transporter-Musterpuffern nicht dabei. Da sind ja nur Epische drin. Also wirst du dich da ein bisschen auf dein Glück verlassen müssen. Ich war schon bei Möchte, denn ich möchte gerne wissen, gerade von denen, die Kuron haben, wie setzt du ihn ein? Schickst du ihn auf Außenteams? Benutzt du ihn auf deinem Schiff? Benutzt du ihn vielleicht sogar in der Wellenverteidigung? Das wäre auch für mich nochmal ganz spannend zu wissen, wie andere das handhaben mit ihm. Deswegen schreib es bitte in die Kommentare. Und wenn du noch ganz allgemein Fragen hast oder Video-Wünsche, du weißt, ich lese die Kommentare regelmäßig. Und wenn du jetzt noch ein weiteres Video sehen willst, findest du das hier im Endscreen. Ich sehe dich dann da. I'll be back.